So, hier wartet alles gespannt auf das Rennen von Rino gegen das Fahrrad. Und bislang hat Rino immer ein Plätzchen gewollt, wenn er es gewonnen hat, das Rennen. Aber jetzt will er ein Eis dafür. Schauen wir mal, ob er gewinnt oder verliert. Es dauert, es dauert. Ja, da kommen sie, da kommen sie. Rino rennt wie ein Einser, Rino rennt wie ein Einser und wer wird der Sieger? Wer wird der Sieger? Rino ist der Sieger!